Sankt Georg Geschichte Eine erste romanische Kirche wurde um 1225 erbaut. Von ihr stammt der heute noch vorhandene Turm von Sankt Georg. Obwohl man das Gotteshaus mehrmals umbaute und erweiterte, genügte es im 15. Jahrhundert nicht mehr den Ansprüchen der wachsenden Gemeinde. 1448 begann man deshalb mit dem Bau der heutigen Kirche von Sankt Georg. Mit dem Bau beauftragt wurde der aus Nördlingen stammende Baumeister Nikolaus Eselor der Ältere. Er plante eine Hallenkirche mit einem Dach, das einheitlich über Seitenschiffe und Chor geht. In einer Bauzeit von 51 Jahren entstand eine der schönsten Hallenkirchen Süddeutschlands. 1499 wurden die Arbeiten an der Kirche vorläufig beendet. Ursprünglich hatte Eselor bzw. sein Sohn und Nachfolger auf der Nordseite einen Glockenturm geplant, der in seinen Dimensionen zur Gesamtanlage gepasst hätte. Die Arbeiten wurden auch begonnen, jedoch nach der Fertigstellung des ersten Stocks eingestellt. Vermutlich waren die finanziellen Mittel erschöpft. Heute befindet sich dort die Sakristei. Als Notlösung behielt man den romanischen Kirchturm bei. Allerdings mussten sich die Architekten etwas einfallen lassen, denn der Turm stand seitlich versetzt zum Westgiebel. 1550 stockte man den Wendelstein, wie der Turm auch genannt wurde, auf. Dabei erhielt er seine kupferne Haube. Bis heute überragt der Turm den Verst der Kirche nur um wenige Meter. Inzwischen haben sich die Bürger von Dinkelsbühl an die Proportionen gewöhnt. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.